14 mies gelaunte zwerge werden immer mehr ich glaube das ist nicht gut silbertreppe nichts weil sie suspended wurde was sagt der treppe nach unten noch mal gucken hier ist rum da geht es runter cave 1 überstanden und hier wollte erstmal nicht weitermachen verständlich bewegt mir irgendwann auch zu weit wie auch kein bock drauf so habt ihr aufgeräumt nein irgendjemand ist besessen das ist auch nicht schlimm wir können euch jetzt erstmal zwingen einfach mal alles hier noch zu engraven damit wir ganz viele glückliche leute in den tempeln haben den tempel für krankheit tod und krieg und weisheit das passt überhaupt nicht zusammen ich finde das passt nicht zusammen warum wird irgendeine contest was haben wir denn das eigentlich so ich habe das gefühl es wird immer länger bei dem monarchen duchy county baronai major also bürgermeister okay das ist unser elf champion diplomat das ist ja alles so geblieben dann es wird gefühlt nur hier oben irgendwie wird der adel immer mehr wir müssen für unseren für unsere contest müssen wir auch uns mal was überlegen wir brauchen ja auch neue räume die hat nämlich immer noch nur ein schlafzimmer und standard schlafzimmer wie alle anderen zwerge auch das mag sie wohl nicht jawoll lass uns wieder ein quavzdwarf draus machen ich will nicht immer so viele ekel quavzdwarfs haben wenn ich schmiede werden oder sowas warum will dich jetzt keiner bauen ist ja noch irgendwas drunter verboten wie beim letzten mal so falls da irgend so ein item drunter liegt das ich gerade noch nicht sehe wir finden keine pflanzen zum processen okay trinken haben wir noch das ist das nächste ich habe keinen bock wieder auf das welche kurz vorm verhunger oder verdursten sitzen das war letztes mal schon ein bisschen ungünstig jetzt haben wir hier ganz viel platz ich wollte die blocks irgendwie hier runter packen und ich wollte das glas irgendwie hier runter packen ja so geht das nicht ich sollte erst den einen stockpile machen so akzeptieren wir den das ist jetzt unser bassblock stockpile der bekommt jetzt aber zum beispiel keine metall da so und das nicht genauso wie das so ok müsste das heißt jetzt gehen wir hier nach oben und nehmen den stockpile und müssten dann hier jetzt eigentlich alles raus nehmen dann haben wir das auch geklärt hier als nächstes gehen wir wieder hier unten hin machen noch ein stockpile da kommen jetzt die sandbeutel hin akzeptieren für sand das ist ja nicht ich muss jetzt ja warte mal sand äh ja wo finde ich jetzt sand Hier Nicht Clay Ich will nur Sand, Sand, Sand Sand, 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 Sand Okay Hier kommt Sand Warum auch immer das unter Coins fällt Ist Coins Sand? Das ergibt keinen Sinn Es ergibt auch keinen Sinn, dass ich Coins aus Lehm herstelle Wir versuchen das einfach mal Und gucken was passiert Coins Hä? Das sieht jetzt gerade irgendwie anders aus Achso Deswegen weil ich Sand da eingegeben habe Ah Alles raus So Finished, gut Kann es ja nicht sein Also nochmal Sand Food, Furniture, Games Leder, Corpse, Refuse Cheap Kann es alles nicht sein Ich muss auch theoretisch unter Closs Ja, unter Closs werden die Closs-Sachen hergestellt Ich will aber den Sand haben Sand kann gar keinen Stockpile haben Weil Sand normalerweise aus einer Zone gewonnen wird Deswegen Deswegen werden bei Beutel Unterfindet Doch, okay Ich dachte es gerade Finish, kurz Stone, Clay Das ist ja nicht Send Bags Unterfinished, kurz Achso Was ergibt es Dann Na, das fällt ja nicht Zoll Stoppile, Custom Auswählen Jetzt bitte Send Finished, kurz Da Ne Gibt es nicht mehr Ich glaube das ist nämlich der Grund Wenn ich unter Closs sage Nimm die Beutel Das war ja bei den letzten Festungen Ich würde es erklären Warum wir in unserem Closs-Stockpile Die ganzen Sandbeutel mit drin haben Weil er nur nach Beutel sortiert Er passt einfach die Beutel dahin Und ob da Sand drin ist oder nicht Ist irrelevant Weil Sand wird ja normalerweise Direkt aus der Zone gewonnen Und wird Aus welchen Gründen auch immer Kann man es in den Beutel packen Aber das tun die glaube ich Normalerweise nur zum Rumräumen, oder? Oder es ist einfach dort Und warum hat man sie dann trotzdem in dem Oder weil es beides weg sortiert Also erstmal danke dir dann Das wusste ich jetzt nicht Dass ich sie da finde Ich hätte jetzt gedacht Weil wir in der letzten Festung lagen Die Sandbeutel nämlich immer Auf dem Platz Wo Wo ich auch die Bags dann hatte Und das hatte mich Das hatte mich da nämlich irritiert Und jetzt hatte ich gerade Weil ich sie jetzt auch nicht gefunden habe Das muss da ran Weil es einfach als Bag gesehen wird Und nicht als Sand Weil ich glaube normalerweise Ich habe doch normalerweise recht Eigentlich wird Sand doch nur aus der Zone gewonnen Und nicht gelagert Noch läuft sie rum und schon alles zu finden was sie brauchen Ich kann also aus der Sandzone nicht sagen Bitte alles einlagern Das funktioniert so weit Ich weiß nicht Oh nein Der Vesta der alle verprügelt hat Ist jetzt depressiv geworden Ne ist es ein anderer Ich würde mir gerne einreden Ich würde mir gerne einreden Das ist der Der ist der sowieso die ganze Zeit Immer alle verprügelt hat Was haben wir nicht Das Kind ist wieder depressiv Vielleicht weil es verurteilt wurde Qualität für einen Sandbeutel Weil der Beutel eine Quali hat Das könnte sogar Sinn ergeben Falls wir irgendwann mal Sand in einem epischen Beutel haben Nein Epische Beutel kommen wir trotzdem nicht rein Wäre noch schöner Warum liegt ein Totes Lama In der Gildenhalle Oder in der großen Halle auf dem Tisch Wir wissen es nicht Aber sie ist erst mal da Und alle Zwerge laufen dran vorbei Und es stört sich keiner dran Das ist denen egal Da ist einfach irgendwo Da liegt ein Totes Lama Einfach so Auf dem Esstisch Egal Sie haben auch nachgelassen Was das Blutputzen angeht Ich finde so ein Sandbeutel Ist ganz schön kompliziert Also entweder ist es aus Kloss oder aus Ja aus Kloss Ich kann doch nur was Lederbeutel mitnehmen Was leeren wir da raus Ich sollte niemals wieder versuchen Sand einzulagern Nein Nein Da kommt wieder ein Baron Der umgebracht werden möchte Kellerketchup hat wieder schlechte Laune Es wird einfach nicht besser hier Ihr habt auch keine Lust Die Sachen einzulagern Weil das Nein Es wird automatisch mit angepasst Was sehr gut ist Aber Anscheinend hier drinnen Gerade überhaupt nicht hilft Wenn sie es nicht packen wollen Ich werde das übersehen Wahrscheinlich So Klaus Klient Klaus Zilk Das ist mal ein Jan Okay Bot Stimmt ich weiß nicht was ich gekauft habe Das merkt man sicher nicht Okay Die fängt an Jetzt hat die Direkt ein Mandat Oder was Du bist noch nicht mehr mit deinem Komischen Gebastel Da fertig Und hast direkt ein Mandat Weil ich hasse dich Wo kommt wieder so viel Besuch Jetzt stinkt das Lama Also ich glaube immer noch Die laufen nicht über die Tische Gehen an den Tischen vorbei Das stelle ich mir immer noch so vor Dass einfach die Sachen Vorbeimogeln Und so weiter Aber jetzt mockt es da rum Also richtig derbe So ein Viertel der gesamten großen Halle Da überall was essen steht Das stinkt derbst jetzt nach Verwesung Und das juckt die nicht Schleppt doch diese scheiß Lama Einfach weg So Stockpile Größer mal Keine Ahnung So jetzt hier Leichen wegbringen Geht doch nicht So Das ist halt nur zu klein Immer Meine Müll Und Leichenstockpiles Sind einfach Immer zu klein So Größer machen Nutz die Nischen mal so weit Es geht hier Nimm es in die Ecke noch mit Und die hier So Akzeptieren So Dann hoffen wir mal Dass wir das jetzt alles untergebracht kriegen Wir sind immer das selber Man macht immer mehr 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 Denkt dann reicht es Irgendwann mal Bis die wieder auf die Idee kommen Die nächsten Sachen einfach rum zu bringen Ja ich glaube ich mache auch so Keine Ahnung Ich mache das mit dem Ich mache das mit dem Minecart Über Dumping Ein Magnetizepter Toll Also erstmal gucken wir uns das Magnetizepter jetzt an Und dann drücke ich das unserer Königin in die Hand Dann freut es sich So was hat es denn Es ist erst einmal Es hat Bänder aus Runden Magnetizep Cabochons Und Brillanten Aus Rockcrystals Und noch mehr Bänder aus Goat war Ziegen Ziegenknochen Und Apfelholz Und noch mehr Steinkristalle Und Eselleder Mensch Alles mögliche Jetzt mal rangehangen Da sind noch ein paar Ringe aus Magnetit dran Und Spitzen Natürlich Spitzen Wir brauchen immer Spitzen aus Magnetit Kupfer und Wolle Hier reiche ich nur eine Art von Spitzen Es müssten gleich drei Arten von Spitzen sein Aus Eisenerz, Kupfer und Wolle Abhängig davon Wir das Nicht drüber nachdenken Ich bin dafür Dass unsere Warte nicht da Unsere Königin Weiß Nicht wie das Ding heißt Doch es gab Dieses Edu Da Du Bekommst jetzt dieses Zeptein In die Hand Und Freust dich So So wie das Pro immer noch Bett und Sarg Muss noch gemacht werden Wir haben keine Plan Pelmits Bei uns mehr Das kann ich mir Nicht Vorstellen Wir haben nur 64 Das ist wenig Was aber bestimmt daran liegt Dass gerade aktuell Alle Plan Pelmits Bonds gepflanzt werden Wir haben ja die gesamte Farm umgestellt Wir stehen ja fast nur noch Plan Pelmits Spawns her So was sagt unsere Silbertreppe Die wartet noch Was sagt die Treppe nach unten Zumindest ist sie nicht in Cave 1 gelandet Und hier wird noch gearbeitet Jetzt gehen uns die Eisenbahnen schon wieder aus Wie weit seid ihr denn jetzt eigentlich Auch bei den Stahlsachen Hast Die Stahldinger werden nicht hergestellt Weil die Iron Bars fehlen Und die Iron Bars werden gemacht Außer Limonid Weil Haben wir gerade nicht Läuft Ist alles okay Dann haben wir halt nur 2 von 3 Eisenerz Sachen verfügbar Könnte schlimmer sein Theorisch müssten wir Irgendwo hier oben Noch hier zum Beispiel Können wir einfach sagen Autominer Mal das da raus Tetrahydrid Können wir auch mal wieder rausminern So Hier oben vielleicht noch irgendwo Noch mal Eisen Die Kohle könnte man mitnehmen Falls wir die mal irgendwie für unseren Stahlgedöns noch brauchen Hier ein paar Edelsteine Tetra 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 Schade Magnetid Hier nimmt man mit Zusammen mit dem Tetrahydrid Und Limonid Guck mal perfekt Da ist noch mal Hämatid Und Gipsum Oh Gott ich habe das Gipsum mit ausgewählt Schnell abbrechen Dann hört ihr ja nie auf Bitte nur das Hämatid auswählen Wie das Gipsum mit auswählen Dann sind die die nächsten 5 Jahre hier nur beschäftigt Dieses Ding hier auseinander zu nehmen Das wollen wir alle nicht Ich bin mir sicher Dass wir das alle nicht wollen Mal zeigen Was schreit hier gerade rum Was klingt hier gerade so nach Mord und Totschlag